Schrank Leck mich doch und hier Neumann Öl bitte Oh was Ich wollte eben so oh nein sagen und hat mich das viel ach eh halt alles so gemein dass ich immer noch so Schocken und einmal um das ist Herr Tolkern Ölmeer und wenn wir die Schrift okay Ach das ist doch doof das war offensichtlich Backroom Key ja ist gut jetzt fang dich wieder mal ein eigentlich das ist die Sackgasse hier m 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 Oh, aua. Aber die Fische sind weg, oder? Alter, hab ich gebrüllt. Scheiße, war das fies, war das fies. Als ob der genau gewusst hat, dass ich da hinrenne, ey. Alter, ich hab grad Magenschmerzen vor Schreck, ey. Leck mich, war das eine Scheiße. Das war ein richtig guter Scare. Wenn auch wirklich fies, aber... Alter, das war... Boah. Also, Respekt. Das war wirklich böse. Nein, du bleibst offen. Achso. Boah. Oh, Gott, oh, Gott. Hm. Oh, Mann. Hab ich eine Angst. Was? Sag doch nicht ich, oder? Sag doch was anderes. Sag doch was anderes. Sag doch was anderes. Über natürlich Kraft oder so, keine Ahnung. Fuck it, I. Oh, je, je, je. Oh. Vielleicht ein Schlüssel. Weil den hab ich ja jetzt, ähm... Nein. Oh. Höhlen. Ist immer lustig, wenn man dich hier... Ah. Main Office. Oh, Gott. Leute, ich bin grad nicht in der Lage weiter zu spielen, wirklich. Ich hab... Eine Heidenangst. Nein, das war so offensichtlich nicht klar. Da kommt auch ein viel. Um Gottes Willen. Leute. Nein. Hm, Gänsehaut. Ne, wenn das viel weg ist, dann hör ich auf. Ist jetzt auch doof, wenn ich hier mittendrin pausiere, also aufhöre, aber... Wenn das viel weg ist, also dann... Ne, dann hör ich auf. Also... Ist mir jetzt so heavy momentan. Ähm... Aber es steckt auch keine Türen an, oder so. Es scheint auf mich zu warten. Bei dem Gefallen werde ich ihn nicht tun. Ich mach mir derweil die Nägel sauber, also... Ähm... Joa. Nicht wundern, wenn ich grad nicht so viel rede. Hm. Was gibt's denn da zu erzählen? Ist unglaublich, wie oft ich mich hier in Schränken verstecke, ne? Au. Das hieb ich halt den Sound, äh, den Kopfhörer gewechselt. Ähm... Links ist es jetzt. Also... Es scheint sich hier aufzuhalten. Hier, in diesem Raum. Wenn ich ja mal spannend bin... Äh, was heißt, wenn ich spannend bin? Wenn ich mal lustig sein möchte? Das war klar. Das war so klar. Hm. Mhm. Scheint wieder zu verschwinden. Okay. Ja. 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 Hier ist es. Geht diesen langen Korridor... Lang... Sind wir überhaupt grad aufgenommen? Ist schon doof, wie ich mich hier überall einfach... ...durchglitsche. Und wie mein Arm grad rumzuckt. Huhu. Na, was soll ich jetzt erzählen? Das ist ja... Das ist wie ich da einfach weggehen, dann kann ich aufhören, also... Äh, na, 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 na. Ich hab das Palette im Schrank. Im Schrank. Hm. Es kommt wieder. Oder? Also, absolut kein Blasen Schimmer, was hier passiert gerade. Ich hab... Keine Ahnung. Ist es jetzt gelupter, also muss ich mich irgendwie vorbeischleichen, oder? Wie läuft das Ganze? Ich weiß nicht mehr. Ich hab's eben gehört, war das ein Monster-Geräusch. Jo. Gut. Ist weg, Leute. Dann, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, äh, das ist Playstudio of Insanity. Mein Name ist Adwell P. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.